So, nach einer kurzen Pause sind wir wieder hier am gleichen Ort und Stelle wie im letzten Video. Wo ich ja nicht mehr wusste, wie ich hier weitergehen soll. Da das Ganze nicht gerade einfach ist. Und ehrlich gesagt, shit, hab ich immer noch keine Ahnung. Hochkant drehen kann man die Käse ja nicht. Untertitelung. BR 2018 Ich komme da nicht auf die Spur. Ich dachte gerade, irgendwie könnte man vielleicht so etwas machen. Oh shit, doch. Ich komme da was auf die Spur. Äh. Wird das Ganze einmal umgekehrt? Ne, warte. Die oberste Kiste brauche ich hier gar nicht. Und wenn, dann müsste die, glaube ich, zu unter sein. Ich glaube, vielleicht habe ich es gleich. Ich glaube, vielleicht. No. Ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, wait. No. Fuh. Irgendwie doch, ich dachte, wenn man jetzt hier weiter laufen würde, dass die Kiste oben bleiben würde. Aber es geht ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so überfragt, Baseman. Level? No. Bringt halt auch nichts. Es ist übrigens schön, dass man das so reindrehen kann. Man muss die mit Sicherheit irgendwie rüberschieben. Ja, so bestimmt nicht. Ja, ich weiß 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 nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 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 Okay. Okay. Fies. Fies, fies, fies. Ah, okay. No. So. So. Dann das Teil hier so hinein. Und dann haben wir dieses Level schon geschafft. Ging doch ganz einfach. Zumindest das. Nook flog. Nook flog. Okay. 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 Das lief ja auch wieder grandios. Okay, nice. Wenn es immer so laufen würde. Auch abgeschlossen. Mindgap, Vorsicht, Kante. Okay, ich sehe schon. Da wollen sie uns wahrscheinlich das Ganze schwieriger machen mit diesem Ding hier. Da das ja so ein grosses Teil ist und das war kies-set. Ich denke mal, das Teil müssen wir hier gebrauchen. Um da dort irgendwie nach oben zu kommen. Ich komme nicht weiter. Okay, das ist mies. Das ist schon wieder etwas mies. Wait mal. Wenn ich das Teil hier anfasse. Komme ich auf diese Treppe? Hier komme ich nicht hoch. Das heisst. Auch so geht es nicht. Das heisst, man muss das ganze Teil hier einen Block weiter oben nehmen können. Das heisst, man. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Umdrehen können Dass wir es Einen anderen Weg Hinten Ja, 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 ja Uh, nice Geschafft Okay, noch nicht ganz Okay Okay, 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 okay Oh shit Nee, bringt ja Nee Nee, kann man ja nicht machen Oh shit No Okay, let's go Okay, let's go Okay, wait a second. Ah, come on. Nice knees. Sprint again, I don't got it. But so I would have this part here. But also this part here. And now the problem is that I don't get that part here. Because I don't get that part here. Because there's a block here. Fucking hell. Come on, you just need to run and run. Just run and run and run. Okay. Was heißt das jetzt? Oh shit. Hey, das Spiel ist mies. Oh shit. Oh shit. Alright, Jarbuch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. dieser Kiste und ich muss mit dieser Kiste hier hoch kommen. Aber wie kann ich das Teil hier hoch bringen? Man braucht eine das oder das, um das andere hoch zu nehmen. Habe ich eigentlich irgendwo was verpasst? Kann man irgendwie irgendwie wo was machen? Nicht, oder? Kiste. Auch hier wieder ein Label, das ich nicht checke. Sorry.